Antibiotika-Resistenz. Weltweit sterben rund 700.000 Menschen aufgrund einer Antibiotika-Resistenz im Jahr. 2050 könnten es 10 Millionen sein. Die Medizin muss also schnellstmöglich eine Lösung finden, aber die immense Verbreitung scheint uns da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Herzlich willkommen bei Clicks und Science & Fiction. Es wird langsam richtig eng. In jedem zweiten Horror-Survival-Film oder Spiel gibt es an einem Punkt das lebensrettende und alles wieder ins Lot rückende Heilmittel, das es gilt zu bekommen, um auf ein Happy End zuzusteuern. Im echten Leben war bisher oft das letzte Mittel, wenn nichts anderes mehr geholfen hat, ein Antibiotikum. Im Laufe der Zeit wurde die Wirkung dieses Wirkstoffes aber oftmals einfach nur ausgenutzt, um in möglichst kurzer Zeit wieder voll belastbar zu sein. Ärzte werden zunehmend von Eltern zum Verschreiben von Antibiotika für deren an einer leichten Grippe erkrankten Kinder gedrängt. Der Einsatzbereich der Antibiotika reicht mittlerweile weit über den vorerst zugedachten Bereich hinaus. In der Tierhaltung werden Antibiotika gegeben, damit die Tiere gar nicht erst krank werden. Die Antibiotika-Resistenzen sind so weit gestreut wie noch nie zuvor. Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaft haben jetzt ziemlich Erschreckendes entdeckt. Entlang einer zusammengenommen vier Kilometer langen Küstenlinie in der Nähe von Flussmündungen haben sie ein bisher unbekanntes Ausmaß der Resistenzen feststellen müssen. In den Schlamm-Sedimenten stießen die Wissenschaftler in Bakterien auf Unmengen an Antibiotika-resistenten Genen. Den Forschern zufolge reiche die Menge von knapp 900.000 bis zu 180 Millionen Genkopien pro Gramm Sediment. Die gefundenen Resistenz-Gene machen gegen nahezu alle Antibiotika-Klassen immun, die bei Menschen und Tieren eingesetzt werden. Ihre Vielfalt ist sogar höher als in Proben von chinesischen Schweinefarmen. Auch Gene, die gleich gegen mehrere Antibiotika-Klassen resistent machen, waren häufig und in vielen Varianten vorhanden, so die Experten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Wie schon anfangs gesagt, es wird eng. Was machen wir denn, wenn wir nichts und niemandem mehr helfen können? Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare und hier könnt ihr mir ein Abo aufs Auge drücken und einen auf die Glocke geben. Bis dann, bleibt dran und das nächste Video gucken.